Was wird denn heute als erstes Lied gesungen? 257. Großer Gott will um dich. Können Sie mir vielleicht einen ganz, ganz großen Gefallen tun? 296, wenn nur den lieben Gott lässt Walden anzeigen? Das ist mein Lieblingslied. Jetzt war aber 257 abgesprochen. Durch meine Schuld. Durch meine große Schuld. Der Gemeinde ist doch eh egal. Der Priester wird deswegen auch nicht aus dem Konzept kommen. Ja, und die Gemeinde. Ich weiß nicht. Nein. Bitte. Wenn das keinen Ärger gibt. Christe, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Und nun wollen wir das Lob des Herrn singen. Und gemeinsam das Lied Nr. 257 anstrengen. 296, Herr Pfarrer. Äh. Ah. Ja, also. 296. 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 307. 318. 307. 328. 307. Judy 607. 317. 318. 405. 328. ZANG EN MUZIEK 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 Ich will das Buch wieder haben. Und ob ihr das könnt? Chiara!